Thomas, jetzt wird es ernst, gell, mit der Bauma. Endlich wieder Bauma. Ein großes Ereignis für uns bei PERI. Wir freuen uns sehr drauf. Die Vorfreude steigt kontinuierlich, aber auch der Druck steigt. Die Vorbereitungen. Bei uns aus der Geschäftsführung, Thomas Imbacher, Innovations- und Marketinggeschäftsführer, leitet die Vorbereitungen der Bauma. Und Thomas, wie läuft es denn so? Läuft alles gut? Es läuft gut. Der Druck ist groß. Wir sind gut im Zeitplan. Da freuen wir uns drüber. Aber die Teams sind natürlich heiß. Die wollen jetzt endlich loslegen. Die wollen jetzt endlich, dass es jetzt wirklich losgeht, weil wir wirklich einiges Neues haben. Und was wir alles haben, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hier sind wir im PERI Marketing. Hier wird unser Messeauftritt designt. Hier werden die Broschüren erstellt. Im Hintergrund sieht man, da wird am PERI Book gearbeitet. Da sind viele Projekte drin, aber auch viele Produkte. Und worum es im Einzelnen geht, das zeige ich Ihnen jetzt. Worum geht es uns bei der Bauma? Es geht uns um Produkte. Um innovative Lösungen. Dort haben wir einiges zu zeigen. Zum Beispiel im Bereich Schalung und im Bereich Infrastruktur. Und wir zeigen Ihnen einige Innovationen aus dem Bereich Gerüste. Und wie das Material auf die Bauma kommt, darum kümmern sich die Experten der Logistik. Die letzte Station für heute. Hier in der Logistik werden die Produkte verpackt, reisefertig gemacht für die Reise nach München zur Bauma. Dort freuen wir uns auf Sie. Seien Sie gespannt. Und bis bald in München auf der Bauma.